Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 186. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hallo alle zusammen. Und ich bin der Hoaxmaster Alexander. Ein organisatorisches Element heute einmal vorab, nämlich die Aussage noch einmal, dass das Hoaxzilla-Forum nicht mehr existiert. Wir haben uns dagegen entschieden, das Forum weiter zu betreiben, weil es einfach zu pflegeintensiv war. Dafür sind die Quellen zu den einzelnen Episoden jetzt immer direkt auf der Beitragsseite verlinkt, sodass ihr da die Quellen habt. Bei den alten Beiträgen ist das umgeschrieben worden. Aber das Forum, weil wir gelegentlich E-Mails und auch Anfragen bekommen, in dieser Form, wie man es von früher her kannte, gibt es nicht mehr. Weitere organisatorische Dinge, auch über die Zukunft von Hoaxzilla, gibt es dann am Ende der Sendung. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter. Die Story der Woche Ja, ich werde jetzt in der Story der Woche, das mag viele von euch beruhigen, nicht singen, obwohl ich es eigentlich müsste. Ich müsste nämlich eigentlich anstimmen. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Es geht nämlich in der Story der Woche heute um Geisterfahrten und Geisterfahrten, damit meine ich jetzt nicht Züge, die auf Gleisen fahren, die schon vom Baumwerk wieder überwuchert sind und Züge, die aus irgendwelchen vergangenen Jahrhunderten stammen und irgendwelche Geister an Bord haben, sondern ganz normale Bahnen, die Bahnhöfe anfahren, wo keiner ein- und aussteigen möchte. Und die dennoch Fahrten machen, die enorm wichtig sind und die täglich stattfinden. Wenn ich euch denn eine wahre Geschichte erzählt habe. Oder am Ende ist es doch nur wieder so eine merkwürdige Gespukgeschichte, die ich euch da irgendwie nahelegen wollte. Ich war jetzt gerade abgelenkt, weil ich mit meinem Kabel hier gekämpft habe. Hast du gesagt, dass das in Deutschland passieren soll, oder? Nee, das habe ich nicht gesagt, aber das ist ein guter Hinweis. Also in Deutschland fahren Bahnen einfach so durch die Gegend. Genau, an Bahnhöfen vorbei, wo keiner ein- und aussteigen möchte. Das klären wir dann mal am Ende der Sendung auf. Thema der Woche Im heutigen Thema der Woche geht es um etwas, was im weitesten Sinne schon in den Bereich geht, der oft gewünscht worden ist. Nämlich, wir sind gebeten worden, mal etwas zum Thema Astrologie zu machen. Das haben wir auch relativ weit oben auf unserer Themenliste. Das wollen wir aber auch vernünftig aufbereiten und auch vernünftig umsetzen. Aber wir haben ein weiteres Thema geplant gehabt und jetzt dann auch in der Sendung, was ähnliche Dinge berührt, aber dann doch anders ist. Und zwar soll es heute gehen um das Tarot. Genau, das, was mal als Spiel angefangen hat und jetzt als divinatorisches Mittel in der Esoterik-Szene so fest verwurzelt ist, dass es ein tausend Variationen gibt und das ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, das Ganze. Was ist denn divinatorisch, meine allerliebsten? Das ist eine Wahrsagetechnik und bedeutet schlicht und ergreifend, dass man die Karten unter Umständen heute dazu nutzt, Probleme der Kunden zu lösen. Also wenn die irgendwelche Fragen haben zu irgendwelchen Familienkonstellationen oder die berühmte Frage, werde ich einmal furchtbar reich und berühmt oder treffe ich den Mann, die Frau, das Wesen meines Lebens? Significant other, sagt man da glaube ich. Genau, die significant other. Wie auch immer, es wird die Zukunft vorhergesagt und das Ganze ist auch im Netz inzwischen ganz, ganz fest verankert. Da gibt es Milliarden von Seiten, die irgendwelche Online-Läge-Dienste anbieten und da werden wir sicherlich nachher nochmal drauf kommen, aber vielleicht erstmal ein bisschen die Geschichte des Tarot behandeln. Aber ganz kurz und wir werden sicherlich nicht jetzt irgendwelche einzelnen Tarot-Karten durchgehen, also falls ihr das denkt. Was ich ganz spannend fand war, dass es auch offensichtlich legitim ist zu sagen der Tarot, das wusste ich nicht, dass es auch ein Maskulinum gibt, beides ist möglich. Ich erkenne eigentlich immer nur das Neutrum das Tarot, aber scheinbar gibt es auch der Tarot, klingt für mich fremd, aber ist scheinbar auch erlaubt. Und um was genau handelt es sich denn beim Tarot zunächst einmal? Also es handelt sich zunächst einmal um ein Kartenspiel, das kann man sicher sagen und das kann man auch ganz sicher und fest sagen, aber schon allein bei der Anzahl der Karten, die in diesem Kartenspiel sind, gibt es die eine oder andere Abweichung, wobei es so ein grobes Ganze gibt. Ja, vielleicht können wir ja erstmal irgendwie besprechen, wo denn die Spielkarten so generell herkommen sollen. Und da können wir gleich mal mit dem Vorurteil aufräumen, dass man das genau nachvollziehen kann, das kann man nämlich nicht. Das hat Alexa nämlich sehr gefrustet, das kann ich mal erwähnen bei der Stelle. Also das wäre ja, das ist so ein genuin volkskundliches Thema, irgendwie so die Geschichte des Spielens. Und in weiten Teilen kann man das natürlich auch gut nachvollziehen. Also kann es natürlich schon was sehr, sehr frühe Belege für irgendwelche Brettspiele oder überhaupt für eine gewisse Spielkultur. Würfelspiele auch? Ja, natürlich. Würfelspiele auch. Das heißt also, da steckt natürlich jede Menge Quellenforschung und archäologische Forschung natürlich auch drin. Es gibt Forscher, die sagen, du kannst das Ganze so bis zu 5000 Jahre irgendwie zurückverfolgen. Und trotzdem ist es ganz schwer zu sagen, von wo die Spielkarten nach Europa gekommen sind. Und wir werden nachher nochmal auf einen ja Herren zurückkommen, der glaubte, das ganz genau zu wissen und da auch eine kleine Anekdote irgendwie verpackt hat. Aber das Ganze ist eben doch nicht so einfach. Also es gibt Theorien, dass die Spielkarten aus Asien stammen und dann mit den Sinti und Roma nach Europa gekommen sind. Das große Problem ist nur, dass die Sinti und Roma ungefähr 100 Jahre nach dem Auftauchen der Spielkarten in Europa angekommen sind. Also das Ganze wäre schon ein bisschen verwunderlich. Ebenso schwierig ist das mit den Kreuzfahrern, die das Ganze aus dem arabischen Raum mitgebracht haben sollen. Das sind also alles so Sachen, wo man halt ganz schwer nachvollziehen kann anhand der Quellen, was es wirklich damit auf sich hat. Und ein Fakt, der da so ein bisschen herausragt aus diesem Nebel, ist der Umstand, dass Regensburg 1378, also im 14. Jahrhundert, ein Kartenspielverbot ins Leben gerufen hat. Genau, und andere Städte wie Konstanz zum Beispiel haben das dann nachgemacht. Und das bedeutet natürlich, dass das Kartenspiel in irgendeiner Form schon vorher ein Problem gewesen sein muss. Wenn man denkt, man muss das dagegen tun, dann war das Problem also vorher existent. Das ist ja im Wesentlichen vom Klerus ausgegangen, dieses Verbot und der wird weniger im Vorgriff etwas von etwas, was er gar nicht kennt, ein Verbot ausgesprochen haben, sondern natürlich muss das erstmal in der Gesellschaft etabliert gewesen und als Problem vom Klerus erkannt worden sein. Also insofern kann man sagen, dass wahrscheinlich im 14. Jahrhundert so die ersten Belege für Kartenspiel. Genau, ich finde es super spannend, übrigens so das Verhältnis vom Klerus zum Thema Spielen. Witzig ist, dass zu Beginn des 13. Jahrhunderts sich der Klerus noch oder vielmehr die Franziskaner, der Franziskanerorden als Spielleute des Herrn bezeichnet haben. Das zeigt natürlich auch so ein ganz bestimmtes Verhältnis zum Thema Spielen. Und das Ganze merkwürdigerweise kippt dann relativ genau zu dem Zeitpunkt, wo das Kartenspiel vermutlich in Europa ankommt. Da wird das Verhältnis also wesentlich abgekühlter. Dieser Terminus taucht überhaupt nicht mehr auf und man hat stattdessen eben diese Kartenspielverbote. Man könnte jetzt auch zahllose Sagen zitieren, wo das Thema Teufel und Kartenspiel vorkommt. Man sagt ja auch des Teufels Gebetsbuch dazu. Also das sind alles so ganz, ganz spannende Ansätze. Und selbst Thomas von Aquin hat sich im 13. Jahrhundert in seiner Summa Theologicae damit auseinandergesetzt, beziehungsweise mit den sogenannten Losverfahren. Also hat auch schon so ein bisschen einen Anklang an das Orakelhafte. Und er hat dann gesagt, wozu man das am besten nutzen sollte und was dann nicht mehr so toll ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine Entscheidung über Landverteilung treffen muss, dann ist das Losverfahren okay. Und auch wenn man es nur beratend nutzt, ist es auch noch okay. Aber in dem Augenblick, wo eben dieses Divinatorische, dieses Wahrsageelement überhand nimmt, ist es nicht mehr okay. Weil man sich dann als Mensch anmaßt, auf diese Weise den Willen Gottes zu erforschen. Eine ganz spannende Herleitung des Kartenspiels hatte ich noch gefunden. Das war in China, war auch in einem Artikel, den du rausgesucht hattest, wo so die These bestand, dass man also auf Geldscheine sozusagen direkt gewettet hat. Das heißt, so Geldscheine lagen auf dem Tisch, man hat gewettet. Und dann, wer dann gewonnen hat, bekam halt dann alle Geldscheine. Und da gibt es einige Forscher, die der Ansicht sind, naja, das hat sich dann hinterher gewandelt. Dieses etwas auf dem Tisch liegen haben, um darauf zu wetten, das entspricht so ein bisschen dem Poker. Und ja, insofern haben die alten Chinesen das direkt mit den Geldscheinen, die bedruckt waren, gemacht. Und das hat sich dann ein bisschen gewandelt in die Karten. Und dann trotzdem ging es ja um Geld. Auch eine interessante Geschichte. Ob das letztendlich erklärt, wo das Kartenspiel entstanden ist, wage ich zu bezweifeln. Übrigens Amerika als Herkunftsort des Kartenspiels eher unspektakulär oder nicht. Also es gibt fast keine Artikel oder keine These aus einem Land, wo das Kartenspiel nicht entstammen soll. Das kann man so sagen. Insbesondere will auch jedes Land eigentlich für sich proklamieren, dass sie das Kartenspiel erfunden haben. Aber in Amerika ist einfach das Problem, das ist von der westlichen Welt das 1492, sagen wir mal, entdeckt worden. Und da ist halt Kartenspiel in Europa schon längst abgefrühstückt gewesen. Also insofern ist es da schwierig. Naja, sagen wir mal so, es ist da schon etabliert, hat sich irgendwie ziemlich verbreitet. Also aus der neuen Welt kann man es wahrscheinlich schwerlich mitgebracht haben. Das ist einfach die Aussage. Spannend finde ich übrigens auch, dass man unglaublich wenige, und da müssten wir eigentlich fast nochmal mit dem Butler drüber sprechen, erhaltende Kartenspiele aus der Frühzeit des Kartenspiels in Europa hat. Weil das natürlich irgendwie auch so eine Art Gebrauchsgegenstand war, der dann auch unter Umständen einfach mal, weiß ich nicht, entweder zerfallen ist, irgendwie sich dadurch nicht erhalten hat oder ins Feuer geworfen wurde oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall dann irgendwie so als Wegwerfgegenstand diente. Wobei es auch natürlich gerade in der Frühzeit super teure, handgemalte und künstlerisch fantastische Kartenspiele gibt. Beziehungsweise, also es gibt Quellen, die darauf hindeuten, dass es das gegeben hat, aber die Kartenspiele selber sind dann eben nicht erhalten. Ein glücklicher Umstand ist, dass frühe Buchbinder Karten mitunter benutzt haben, um den Umschlag zu verstärken eines Buches, sodass man die Karten hinterher dann bei der Restauration von Büchern in den Umschlägen als Verstärkung sozusagen, als Pappe gefunden hat. Und deshalb hat man dann doch einige Spielkartenfunde gehabt, die man vielleicht sonst nicht gehabt hätte, aber auch nicht da, weil man sie aufgehoben hat, die Spielkarte, sondern für etwas anderes zweckempfremdet hat. Das ist vielleicht mal kurz zur Geschichte der Spielkarten. Vielleicht ein Satz noch, was auch die Besonderheit von Spielkarten ausmacht. Man kann sicher davon ausgehen, dass gerade im 14. Jahrhundert, sagen wir mal, und vielleicht davor und natürlich auch deutlich danach, für viele, sagen wir mal, Bauern, beziehungsweise nicht adelige und nicht klerusanhängige Menschen, Spielkarten vermutlich das einzige bedruckte Produkt waren, das sie in den Händen gehalten haben. In der Regel waren die einfachen Bürger ja auch gar nicht in der Lage zu lesen, waren also Analphabeten. Und da waren Spielkarten nicht nur ein Instrument, um ein Gesellschaftsspiel oder ein Glücksspiel zu betreiben, sondern natürlich die aufwendigen Karten dienen auch vielleicht dazu, Geschichten zu erzählen. Oder man hatte etwas in der Hand, in dem man mal spazieren gehen konnte, sage ich mal bildlich gesehen. Und das ist auch noch ein interessanter Aspekt, den wir heute ja gar nicht mehr so sehen. Genau. Und jetzt kommen wir langsam nämlich zu dem Unterschied zwischen dem normalen Kartenspiel und dem späteren Tarot-Deck, was sich dann langsam herauskristallisiert. Und das sind nämlich die sogenannten großen Arcana oder auch die Trümpfe. Und wenn man jetzt mal sich die Namensgeschichte des Tarot anschaut, dann stößt man unweigerlich auf den italienischen Begriff Tarocci, beziehungsweise den deutschen Tarok. Und das ist eben eine Bezeichnung für diese Kartenspiele, die Trümpfe enthalten. Und die ersten Kartenspiele, die diese Trümpfe enthalten, die stammen so aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts aus Italien und haben sich dann eben später immer weiter, sagen wir mal so, verkompliziert, sind ausgestaltet worden und haben sich dann auch in unterschiedliche Zweige aufgeteilt. Und was man heute allerdings noch in vielen Gegenden spielt, auch in Deutschland, ist das Taroc, was allerdings nicht wirklich was mit diesem divinatorischen Tarot zu tun hat, sondern wirklich auch ein Kartenspiel ist. Und da häufig auch mit dem sogenannten deutschen Blatt. Wir haben ja, oder die allermeisten Kartenspieler sind das französische Blatt gewöhnt. Das heißt, französisches Blatt, das kennt ja auch jeder, der sich mal ein Kartenspiel kauft. Da steht dann ganz häufig drauf, französisches Blatt. Und man hinterfragt das meist gar nicht. Das ist eben genau Kreuz, Pieck, Karo, Herz. Falsch rumgesagt, Herz, Karo, Wurscht. Also das sind eben die französischen Spielfarben. Im Gegensatz dazu gibt es ja auch noch das deutsche Blatt, was insbesondere in Süddeutschland häufig benutzt wird. Da habe ich das auch das erste Mal tatsächlich gesehen, was auch aus vier Spielfarben besteht. Aber dort spricht man eher von Eicheln oder Äckern, Laub, Herz oder auch Rot genannt, ist erhalten geblieben. Und Schellen oder Bollen gibt es da noch. Das sind also die vier deutschen Spielfarben. Und das ist ein ganz eigenes Blatt. Und insofern gibt es diese beiden Blätter wahrscheinlich in Deutschland. Schafkopf spielt man zum Beispiel mit dem deutschen Blatt. Das ist so ein sehr beliebtes Kartenspiel. Ich habe sowieso immer sehr selten Kartenspiele gespielt. Und ja, also das übrigens spannenderweise auch sehr, sehr, sehr tradiert. Es gibt ja immer wieder Versuche, Spielkarten neu zu gestalten. Aber in der Regel kommt man dann doch auf diese Spielkarten zurück. Eines der erfolgreichsten, anders gearteten Spielkartenblätter, zumindest in Deutschland, war übrigens das Spielkartenset von L'Oriot erfreundlicherweise. Das war sehr, sehr, sehr beliebt mit den Knollennasenmännchen. Also das nochmal zu den Spielkarten an sich. Was jetzt das Tarot als Weissagungswerkzeug angeht, das nimmt erst so richtig Fahrt auf im 18. Jahrhundert. Da gab es zum Beispiel 1781 den französischen Gelehrten Antoine Courte de Gébelin, der also nicht mehr gesagt hat, das ist jetzt irgendwie so ein Unterhaltungsspiel, sondern er hat sich dann eingehend mit den Symbolen dieser Karten beschäftigt, dieser vor allen Dingen großen Arcana und hat dann eben gesagt, irgendwie man kann das Ganze zur Weissagung nutzen. Und wenn wir über Tarot sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die beginnende Begeisterung für den Okkultismus und Spiritismus im 19. Jahrhundert sprechen. Und diejenigen, die das wirklich in ein neues System verpackt haben, waren die Theosophen. Da gibt es ja auch eine schöne Huxilla-Folge dazu. Zu Madame Blavatsky, genau, und Konsorten. Und in diesem Kontext hat also das Tarot-Spiel auch nochmal einen Riesenaufwind bekommen. Und jetzt hatte ich ganz am Anfang gesagt, dass es eine Anekdote gibt, die die Herkunft des Tarot erklären soll. Und die stammt, das klingt jetzt irgendwie so ganz farbenfroh, vom Mystiker Papus. Und der sagte, dass, ich gucke jetzt gerade nochmal, wo ich das finde, er verlegt nämlich die Entstehung des Tarot ins alte Ägypten. Und die Anekdote geht folgendermaßen, ich lese das jetzt mal vor, weil das so schön ist. Das alte ägyptische Reich stand einst vor einigen tausend Jahren vor der Bedrohung zerstört zu werden. Die Weisen des Landes berieten deshalb, wie das jahrtausendealte Wissen des Reiches vor der Zerstörung bewahrt werden könne. Der Vorschlag, es in Zeichen und Symbolen in die Wände der Pyramiden einzumeißeln, wurde verworfen, da auch die stärksten Mauern von Menschenhand erbaut und vergänglich seien. Auch der Vorschlag, die zehn weisesten und klügsten Köpfe des Landes in die Geheimnisse einzuweihen, die es dann anderen weitergeben könnten, fand keine Zustimmung, da schon oft aus einem Weisen ein Narr geworden sei. Der Narr spielt ja auch im Tarot eine große Rolle als Karte. So einigte man sich darauf, das Wissen und die Weisheit dem Laster anzuvertrauen, da dieses alle Schwankungen und Veränderungen der Zeit überdauere. So ging man daran, das gesamte Wissen in Bildern auf Spielkarten zu zeichnen, die dann dem Volk übergeben wurden, damit es seinen Lastern und Leidenschaften fröne. Und so natürlich unbewusst irgendwie dieses Wissen weitergeben konnte. Das Ganze klingt irgendwie total super nach einer alten Sage, in der vielleicht ein Körnchen Wahrheit steckt. Das ist aber alles irgendwie so ein reines Fantasieprodukt. Und auch der Mystiker Papus ist jetzt nicht irgendwie ein mittelalterlicher Kirchengelehrter, der sich irgendwie mit divinatorischen Werkzeugen beschäftigt hat, sondern er hieß mit bürgerlichem Namen Gérard Analect Vincent Incosse und ist 1865 geboren und 1916 in Paris gestorben. Papus war sein Pseudonym und er war ein sehr bedeutender Okkultist, natürlich Theosoph, Esoteriker, Rosenkreuzer und Martinist. Und damit sind wir so an einem Punkt, wo man sagen kann, wir wissen nicht genau, wann aus dem Tarot, dem Kartenspiel, das divinatorische Spiel wurde. Da kann man keinen genauen Zeitpunkt festmachen. Auch die Entwicklung dahin ist gar nicht so klar, was wir aber wissen ist. Und da sind wir jetzt nochmal beim Zusammensetzung eines Tarotspiels, dass es eben die 56 Karten der kleinen Arcana oder die 56 kleinen Arcana gibt und die 22 großen Arcana. Das heißt, typischerweise hat ein Tarot-Kartenspiel 78 Karten, was deutlich umfangreicher ist als so die Kartenspiele, die man gewöhnt hat. Die kleinen Arcana sind im Wesentlichen Spielkarten, wie man sie auch vielleicht von einem Rommi- oder Kanasterblatt kennt, grob gesagt. Allerdings gibt es da eine Bildkarte mehr bei den kleinen Arcana. Und dann gibt es die 22 großen Arcana. Und da ist es so, dass diese 22 großen Arcana ja im Prinzip die sind, die man auch wahrscheinlich mit dem Tarot-Spiel assoziiert. Da gibt es dann Karten wie den Narr, den Magier, die große Mutter, den Schamanen, der Überfluss, die Zeit, den Tod. Also all das kennt man sicherlich. Und das sind so die Karten, die man so vor Augen hat, wenn jemand das Tarot legt. Und es gibt, wenn wir schon die Theosophen genannt haben, im Wesentlichen so drei, vier große Tarot-Blätter. Wir haben ja eben schon die deutschen Spielkarten, die französischen Spielkarten beschrieben. So was gibt es dann beim Tarot auch. Also es gibt beim Tarot deutlich mehr Variationen als bei den normalen Karten-Spielen. Das kann man sagen. Aber es gibt so drei sehr, sehr, sehr bekannte. Und zwar einmal das Marseille-Tarot, was so ein sehr schlichtes Tarot ist. Wahrscheinlich mit am dichtesten an der Urform. Es gibt das Rider-Waite-Tarot, so muss ich wohl sagen, was sehr verbreitet ist. Und dann gibt es, und das ist ganz witzig, weil selbst du das besitzt irgendwo in irgendeiner Schublade hier, das sogenannte Toth-Tarot von Alistair Crowley. Genau. Der ja auch aus den Reihen der Theosophen dann ja so sozusagen seinen eigenen magischen Verbund gemacht hat. Wer da mehr zu Alistair Crowley hören will, kann auch da nochmal die passende Huxilla-Folge hören. Also Alistair Crowley hat ja sehr hart an seinem Ruf als, sagen wir mal, etwas, also nicht nur als mächtiger Magier, sondern auch als Magier der etwas düsteren Sorte gearbeitet. Und das Lustige ist, so eine kleine Anekdote, als ich mir dann, weil ich das einfach auch von den Bildern her so toll fand, vor Urzeiten irgendwie als Teenager, ausgerechnet das Alistair Crowley-Tarot angeschafft habe. Da war in meinem Freundesbekannten und auch Familienumkreis die Bestürzung nicht unerheblich, weil das ja ausgerechnet ein satanistisches Tarot sei und das sei ganz böse und da müsste man ja höllisch aufpassen und so. Also es ist schon irgendwie witzig, dass dieser Ruf sich dann irgendwie sofort getragen hat. Und tradiert hat irgendwie. Tradiert hat, ja, genau. Was ist denn jetzt das Besondere am Tarot? Kann man mit Tarot die Zukunft sehen? Und interessanterweise meint man, ja, das geht, aber selbst diejenigen, die Tarot als divinatorisches Werkzeug in einer gewissen Form benutzen, sagen das eben nicht so eindeutig. Und das ist schon mal eine Aussage, die ganz spannend ist. Manche. Manche, ja. Also natürlich gibt es diejenigen, die sagen, sie sind in der Lage, in die Zukunft zu sehen, aber es gibt so etwas Herrliches, das hast du aufgetan. Ja, ja, also willst du, genau. Also ich kann es kurz erwähnen, nämlich den Tarotverband. Den Ehrenkodex des Tarotverbandes würde ich vielleicht gerne mal in Gänze vorlesen. Genau, das ist also ein eingetragener Verein, um das ganz kurz zu sagen, der eine eigene Homepage hat. Und der sogar Richtlinien für eine sinnvolle Tarotausbildung entworfen hat. Das finde ich also, das ist schon, wenn sich so dann die deutsche Bürokratie und das deutsche Vereinswesen auf so etwas einstmals Geheimes, Düsteres, Geheimnisumwittertes dann stürzt. Dann treibt das mit unter Stilblüten. Genau, und Alexa hat also den Ehrenkodex dieses Tarotverbandes e.V. mal herausgesucht und das kann sie uns ja vielleicht einmal sagen. Genau. Unsere Selbstverpflichtung der Ehrenkodex. Tarot ist ein von Generationen geprägtes, vielschichtiges Erkenntnisinstrument. Ich bin mir daher bewusst, dass über meine Deutungen hinaus stets noch weitere Aussagen und Aspekte in der Bildersprache der Karten liegen. Ich weiß, dass Tarot ein Symbolsystem mit einem weiten Spektrum ist, bei dem das Thema jeder einzelnen Karte in förderlicher oder problematischer Weise geh- und erlebt werden kann. Deshalb verzichte ich auf plakative Rezeptdeutungen und bewerte keine Karte als einseitig gut oder schlecht. Ich verzichte auch auf Aussagen, die als unausweichliches Schicksal verstanden werden können. Vielmehr bin ich bestrebt, jedem Ratsuchenden Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen und sein eigenverantwortliches Handeln zu stärken. Meine Aussagen gründen auf der Deutung der Tarotkarten. Sollte ich für bestimmte Fragen andere Erkenntnismittel einsetzen, so lege ich dies gegenüber den Fragenden offen. Ich verpflichte mich, Kenntnisse aus Tarotberatungen weder an Dritte weiterzugeben noch zum persönlichen Vorteil zu nutzen. In rechtlichen, finanziellen, medizinischen und psychologischen Fragen, für die ich keine Qualifikation habe, empfehle ich dem Ratsuchenden, sich professionelle Hilfe zu suchen. Unethische Fragestellungen und abwertende Aussagen, insbesondere über abwesende Dritte, lehne ich ab. Auch im Falle einer Erziehungsberatung werde ich die Intimsphäre des Kindes achten und gebührend respektieren. Ich weiß, dass meine Deutungen stets subjektiv sind und berate den Ratsuchenden deshalb so, dass er sich seiner Eigenverantwortung jederzeit bewusst ist. Ich weiß, dass der Verstoß gegen diesen Kodex den Ausschluss aus dem Verband zur Folge haben kann. Das ist natürlich höchst spannend. Also wenn man das mal analysiert, da steckt einiges drin, weil im Prinzip ja vermittelt wird, eben keine allzu konkreten Aussagen zu machen. Und das Ganze liest sich eigentlich eher, obwohl es das ja wohl nicht sein soll, wie so eine psychologische Lebensberatung irgendwie. Ja, das ist der Eindruck, der sich einem aufdrängt. Und wir haben mal, um das mal zu testen. Also damit das jetzt funktioniert, ist es ganz wichtig, dass, also Alexa hat ein Tarotblatt gelegt. Wir haben das zusammen durchgesprochen. Ihr müsst jetzt, damit das funktioniert, mit beiden Händen eure Kopfhörer, Ohrhörer oder am besten das Gerät, was quasi die Tonsignale übermittelt, also die Box oder so berühren, damit ihr sozusagen mit in Einklang kommt. Und wir werden jetzt mal das, was wir aus diesen Karten gelesen haben, vorlesen. Und dann müsst ihr mal für euch bewerten, ob das auf euch zutreffen könnte. Dann hat das funktioniert, diese Übertragung oder auch nicht. Und ich lese jetzt mal das, was wir aus diesem Deck herausgelesen haben, weil wir eine relativ große Hörerschaft inzwischen dankenswerterweise haben. Gibt es vielleicht den einen oder anderen, auf den das, was ich jetzt hier gleich vorlesen werde, passt. Und ich hoffe, ihr rechnet mir an, dass ich da so ganz alte Seiten von mir wieder reaktiviert habe. Und du die Karten gelegt hast, ja. Alte Hexe. Komm, renn, sieh. So, also jetzt also Konzentration und wie gesagt, berührt das Gerät oder am besten die Kopfhörer, damit ihr sozusagen in Kontakt dann auch tretet mit dem, was ich jetzt hier gerade mal verlese. Sie brauchen die Zuneigung und Bewunderung anderer. Dabei neigen sie zur Selbstkritik. Zwar hat ihre Persönlichkeit einige Schwächen, doch können sie diese im Allgemeinen ausgleichen. Wir sehen betrachtliche Fähigkeiten, die allerdings brach liegen, anstatt dass sie zum eigenen Vorteil genutzt werden. Äußerlich sind sie diszipliniert und kontrolliert, fühlen sich aber innerlich ängstlich und unsicher. Mitunter gibt es Selbstzweifel und zwar ernsthaft an der Richtigkeit des Tuns und getroffener Entscheidungen. Sie bevorzugen ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung und sind unzufrieden, wenn sie von Verboten und Beeinschränkungen eingeengt werden. Sie sind stolz auf das unabhängige Denken, das ihnen zu eigen ist und nehmen die Aussagen anderer Leute nicht unbewiesen hin. Das sollte eigentlich auf fast alle Skeptiker, die zuhören, passen. Doch sie erachten es als unklug, sich anderen freimütig zu öffnen. Manchmal sind sie extrovertiert, leutselig und aufgeschlossen, manchmal aber auch introvertiert, skeptisch und zurückhaltend. Die Wünsche, die sie haben, scheinen mitunter eher unrealistisch. Ich hoffe, ihr habt jetzt da gut zugehört und könnt eventuell euch in dieser Beschreibung der Karten, die wir hier gelegt haben, wiederfinden. Und da wir natürlich wahrscheinlich sehr viele kritische Geister haben, die uns zuhören und einige sogar, die das kennen werden, lösen wir das relativ schnell aus. Also, natürlich passt das fast alles. Und es gibt auch Studien zu, denn nämlich genau dieser Text ist der Text des Barnum-Effektes oder Forer-Effekt. Und das ist ein Experiment. Und das ist gemacht worden von Paul Meal. Der hat ein Experiment gemacht und so in den 1920er, 90er, 30er Jahren durchgeführt. Und was ist da passiert? Im klassischen Experiment, aus dem ich gerade vorgelesen habe, das war dann... Also, vielleicht sollten wir es nochmal ganz deutlich sagen, wir haben nicht die Karten gelegt und wir haben auch nicht irgendwelche, auf irgendwelchen komischen Kanälen durch Channeln oder so euch irgendwie irgendwelche Weisheiten übermitteln wollen, sondern das Ganze ist wirklich ein Standardtext. Genau, also das ist ein Experiment, was 1948 stattgefunden hat. Und da ist es eben so, dass Studenten einen Persönlichkeitstest absolvieren sollten, recht ausführlich, langer Text. Und alle Studenten haben den Text, den ich gerade verlesen habe, als Auswertung ihres Persönlichkeitstestes bekommen. Und erstaunlicherweise fanden also wirklich, sie sollten das bewerten mit Zahlen 0, von trifft gar nicht so bis 5, trifft sehr gut zu. Und das war im Durchschnitt so, dass 4,26 Punkte vergeben wurden. Also fast alle Studenten gaben an, dass sie sich da sehr gut mit beschrieben gesehen haben. Woran liegt das? Das liegt darin, dass natürlich die Aussagen, wenn man sie dann mal kritisch betrachtet, so allgemein gehalten sind, dass sie natürlich auf jeden Menschen stimmen. Denn jeder ist mal gerne extrovertiert und dann aber auch introvertiert. Und wir alle haben Fähigkeiten, wo wir meinen, das müsste ich eigentlich mal machen, aber ich komme nicht dazu. Und jeder zweifelt auch mal an sich selber. Also all das, was dort beschrieben ist, sind Platzhalter. Und der Barnum-Effekt ist einer der Effekte, der erklären kann, wie jemand Aussagen nur allgemein genug halten muss, um damit den Effekt zu haben, dass das Gegenüber, das diese Aussagen hört, sich darin wiederfindet. Wenn man diesen Barnum-Effekt, diese Methode noch mit einem weiteren Aspekt paart, den man Cold Reading nennt, das kalte Lesen auf Deutsch, dann kommt man zu verblüffenden Effekten. Nämlich Cold Reading heißt, ich gucke mir zunächst mal die Person an, die meinen Raum betritt, wenn ich Tarotkartenleger bin. Man sieht relativ schnell, ob diese Person ein Ehring trägt. Man sieht, ob vielleicht mal ein Ring da war, der jetzt nicht mehr da ist. Dann weiß man, da ist irgendwas gerade beziehungstechnisch in die Wicken gegangen. Man sieht, ob der Mensch jung ist, ob er schwarz gekleidet ist. Und man kann also ganz viel so auf den ersten Blick zunächst mal schließen und beginnt dann einfach mal ins Blaue zu feuern. Und sieht an der Reaktion der Person gegenüber, ob man richtig liegt oder nicht. Und diese Person bestärkt das in der Regel. Jeder Treffer, der da stattfindet beim Cold Reading, wird von demjenigen überpositiv bewertet. Und wenn man sich mal vertan hat, muss man nur geschickt darin sein, das umzudeuten und dann wieder dahin zu führen, dass es für die Person passt. Und derjenige, der so eine Session mitgemacht hat, wird sich hinterher eher an die Treffer erinnern, als an die, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Mal, wo eben der Kartenleger daneben gelegen hat. Ich habe da teilweise, ich habe das ja nie wirklich ernsthaft betrieben, dieses Kartenlegen für andere. Aber ich habe da teilweise irgendwie sehr heftige Reaktionen auch von denjenigen bekommen, für die ich das gemacht habe. Wobei man dazu sagen muss, ich habe das nur sehr kurz halt für Leute aus meinem Freundeskreis gemacht. Und dann aber relativ schnell, nachdem ich auch schon lange irgendwie so aus dieser Phase raus war und das eher so als Dönikens irgendwie betrachtet habe, das dann beim Live-Rollenspiel gemacht. Weil mein Charakter einfach dieses Talent hatte, irgendwie Karten legen zu können. Und dann habe ich das gemacht und da waren die Leute also regelmäßig irgendwie ziemlich geflasht, irgendwie wie das dann doch zugetroffen hat. Und lustigerweise, gut, da habe ich es dann wahrscheinlich eher versemmelt, nicht so sehr auf die Charaktere, die sie gespielt haben, sondern eher auf die Person dahinter. Keine Ahnung, warum und wieso. Wahrscheinlich, weil ich das dann doch so formuliert habe, dass man das dann eher auf sein eigenes Leben bezogen hat. Aber da waren wirklich ein paar ganz witzige Erfahrungen dabei. Es gibt, also Barnum-Effekt gerade gesagt, es gibt einen sehr schönen Artikel auf relinfo.ch, ein Portal, was sich mit Kirchen, Sekten und Religionen beschäftigt. Und da gibt es einen Artikel, der heißt Tipps und Tricks fürs Karten legen. Oder wie sehe ich die Zukunft der ratsuchenden Person, obwohl ich sie natürlich nicht sehe. Und da gibt es dann so einen schönen Punkt unter sechstens, der heißt, verwende möglichst oft Joker-Formulierungen, die immer zutreffen. Und dazu gehören Formulierungen wie In ihrem Leben wird sich so manches ändern. Oder es gibt zwei Männer in ihrem Leben. Oder auch schön, sie erleben schöne, aber auch schlechte Zeiten. Manchmal quälen sie Sorgen. Wenn sie nicht aufpassen, dann kann einiges passieren. Eine Nachricht wird sie erreichen. Sie werden neue Menschen kennenlernen. Sie müssen wichtige Entscheidungen treffen. All das sind natürlich Dinge, die jedem passieren. Und was passiert da mit demjenigen, dem man die Karten legt? Die Person, die das gesagt bekommt, deutet das und sortiert das in ihr Leben ein und wird dann sagen, oh ja, ich hatte mich gerade auch auf eine neue Stelle beworben. Meinen Sie, ich kriege eine Zusage? Und daraufhin kann dann der Kartenleger sagen, ah, da sind die Karten uneindeutig. Aber die Antwort, die sie erhalten werden, wird wichtig sein. Und natürlich ist es wichtig. Entweder kriegt man eine Absage, dann ist das wichtig. Oder man kriegt eine Zusage und das ist wichtig. Also das Ganze, wir haben das jetzt so ein bisschen, sagen wir mal so spöttisch betrachtet. Aber der etwas unschöne Aspekt dahinter ist, dass natürlich jede Menge Geld verdient wird mit dem Kartenlegen. Gerade auch, was dieses ganze Online-Kartenlegen-Gedöns angeht. Und es gibt eine Seite, die nennt sich questico.de. und auf dieser Seite, das Untertitel ist die Welt der Spiritualität und da kann man dann die Kartenleger irgendwie befragen, kann sich da anmelden und da ist es so, da wird geworben irgendwie, dass man da relativ viel auch kostenlos machen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass die 15-minütige Gratis-Beratung dann automatisch endet und vermutlich ist es so, wenn du dann länger telefonierst mit denen, also wenn es ein Telefonat ist, kostet das dann Geld. Und ich habe mir mal die AGB angeguckt von dieser Seite questico. Also da steht erstmal zur Erklärung, questico, eine Marke der Adwico AG, in Berlin sitzen die, betreibt unter www.questico.de eine Plattform, deren Dienste über verschiedene multimediale Kommunikationswege wie Internet und Telefonie abrufbar sind. Diese Plattform bietet unter anderem Kontaktmöglichkeiten zur Beratung sowie die Möglichkeit, über questico Akademie Online-Seminare zu buchen. Ferner betreibt Adwico über Tochterunternehmen der Adwico-Gruppe oder Kooperationspartner weitere Portale wie www.nueastro.de und astro-tv.de, auf denen ähnliche Dienstleistungen und Produkte angeboten werden oder auf die Plattform verlinkt wird. Und es ist natürlich klar, dann wird natürlich dargelegt, was man da wann, wie viel zahlen muss und ob man da irgendwie Abos abschließt oder nicht. Was ich aber besonders schön finde, sind die besonderen Hinweise, die in so einem Kasten da in den AGB nochmal aufgeführt sind. Und die besagen, Adwico weist darauf hin, dass kostenpflichtige Dienste vom Kunden in Anspruch genommen werden, deren Grundlagen und Wirkungen nach den Erkenntnissen der Wissenschaft und Technik nicht immer erweislich sind, sondern nur einer inneren Überzeugung, einem dahingehenden Glauben oder einer irrationalen, für Dritte nicht nachvollziehbaren Haltung des Kunden und des Beraters oder des Anbieters von Online-Seminaren entsprechen können. Die Geeignetheit und Tauglichkeit dieser Dienste zur Erreichung des vom Kunden gewünschten Erfolgs sind möglicherweise rational nicht erklärbar. Und dann geht es noch ein bisschen weiter über die Online-Seminaranbieter und Berater. Aber das ist natürlich, es dient natürlich rein der rechtlichen Absicherung von dieser Anbietergruppe. Und ähnliche Sachen findet man auch auf anderen Tarotseiten, dass eben darauf hingewiesen wird, dass man das Ganze jetzt nicht so super ernst nehmen soll. Aber Werbung machen sie eben trotzdem damit, dass sie Lebensberatung bieten? Genau, und da kommen wir an den Punkt, dass Lebensberatung in Deutschland ein nicht geschützter Begriff ist. Jeder kann Lebensberatung machen, jeder kann sogar ein Institut für Lebensberatung gründen, denn auch der Begriff Institut ist nicht geschützt in Deutschland. Und der Psychologe in mir zuckt dann immer zusammen, denn was passiert da? Ja, es kann natürlich Leute geben, die durch Karten legen oder in dem Fall jetzt beim Tarot, wenn wir da sind, Lebensberatung machen, die das sehr gut machen. Du hast gesagt, dass das in der Psychologie teilweise, also komme ich gleich zu, komme ich gleich zu, die das sehr gut machen. Das heißt, sie sind in der Lage, einem Menschen, der zu ihnen kommt, der Rat sucht, in der Psychologie nennt man diese Methode, gewisse Dinge zu spiegeln, Dinge aufzuzeigen, die dieser Mensch vielleicht benötigt, um eine Entscheidung zu treffen im besten Fall. Das kann sehr gut funktionieren, aber man muss natürlich an dieser Stelle sagen, es ist sehr, sehr kritisch, weil Menschen, die Lebensberatung machen, keine psychotherapeutische Ausbildung haben. So wie ich zum Beispiel nicht. Obwohl ich Diplom-Psychologe bin, würde ich niemals Lebensberatung machen, weil ich damit in einen Kompetenzbereich komme, der nicht meiner ist. Das habe ich nicht gelernt. Das kann ich nicht machen. Und es gibt tatsächlich in der Psychotherapie, die an ein, zwei Punkten, die Methode, Karten legen oder auch Tarot legen, als prospektives Verfahren zu benutzen. Das heißt, tatsächlich werden Karten gelegt, um vielleicht Konflikte, Probleme oder Ansichten des Gegenübers, des Patienten herauszukitzeln, an denen man dann arbeitet. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie den Rohrschacht-Test, wo man also einen Tintenklecks zeigt, blöd gesagt. Und dann soll derjenige, der diesen Tintenklecks sieht, sagen, was er da rein interpretiert. Und man kann dann anhand der Interpretation beginnen, therapeutisch zu arbeiten, weil da vielleicht etwas aufgedeckt wird, was man sonst so schnell nicht gefunden hat. Ganz grob gesagt. Das kann gut funktionieren. Er ersetzt aber, und das ist ganz, ganz wichtig, auf gar keinen Fall eine Psychotherapie. Und das ist ein Feld, wo es ganz, ganz schwierig ist. Wenn es darum geht, kaufe ich mir ein neues Auto oder nicht und jemand legt die Karten und sagt, es gibt wahrscheinlich noch weitere Entscheidungen. Der sagt, ja, eigentlich wollen wir auch in Urlaub fahren. Und der kommt dann zu dem Punkt, eigentlich kann ich mir das Auto gerade nicht leisten. Ist das völlig legitim, dann ist das in Ordnung. Das ist eigentlich dann der Fall, wenn man keine guten Freunde hat, die sowas machen, bei denen man mal zusammensitzt und sagt, Mensch, was soll ich denn machen? Man ist alleine und will eine Entscheidung treffen, dann geht man zu einer Lebensberatung. Das ist völlig legitim. Aber da ist die Grauzone sehr, sehr schwierig. Und viele dieser Menschen, die in dem Bereich aktiv sind, überschätzen da vielleicht auch an ein, zwei Stellen ihre eigene Kompetenz. Und man muss einfach sagen, es gibt wie so oft in diesem Bereich alles das, was mit Wahrsagen zu tun hat. Keinerlei Studien, die die Glaubwürdigkeit oder aber auch die, ja, den Nachweis erbracht haben, dass das funktioniert. Das liegt ja sehr häufig auch daran, dass dann diejenigen, die unter wissenschaftlichen Methoden getestet werden, sagen, ja, in diesem Setting ist die Schwingung oder was auch immer gestört. Ich kann mich also unter wissenschaftlicher Aufsicht nicht fallen lassen und kann dann nicht divinatorisch tätig werden. Das ist sehr bedauerlich, weil alles andere, was uns im Leben voranbringt, funktioniert unter Laborbedingungen. Ja, also Raumfahrt zum Beispiel, Erde verlassen, funktioniert halt unter Dingen. Und da muss nicht die Sterne besonders günstig stehen, sondern die Technik muss klappen. Und wenn das nicht klappt, dann hat eine Technik versagt an der Stelle. Also Tarot ist eigentlich ein Bestandteil dieses, ich muss den Begriff wieder bringen, weil ich ihn einfach so schön finde, dieses esoterischen Gemischtwarenladens, den wir dieser großen Zeit des Okkultismus und Spiritismus so von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein zu verdanken haben. Und dass das Ganze auch gewissen Moden unterworfen ist, sieht man allein daran, dass es im Prinzip zu allem, was du nur willst, in diesem esoterischen Bereich auch irgendwie ein Tarot gibt. Es gibt ein Maya-Tarot, es gibt ein Engel-Tarot, es gibt auch irgendwie eins, was so speziell nur für Frauen ist. Also alles, was du nur möchtest, findest du auch irgendwie gespiegelt in bestimmten Tarotspielen. Man kann das Ganze natürlich auch unter einem gewissen künstlerischen Wert sehen. Es gibt da zum Beispiel ein Giga-Tarot, das hätte ich gerne. Ja, das müssen wir nochmal raussuchen. Das wäre cool, von Hans-Rüdiger Giga, zwischen verstorben ist, ja. Du hast es gerade schon angesprochen, es gibt Tarots, die sich mit dem Schwerpunkt Alchemie beschäftigen, Numerologie, denn es sind ja auch nötig nummeriert, die Karten. Es gibt Menschen, die sagen, man findet die Kabbalah, die Geheimlehre im Tarot wieder. Astrologie natürlich, da ist es dann so, dass den großen Arcana die Sternzeichen zugeordnet sind und da, wo die Sternzeichen aufhören, sind es dann halt die Planeten, die man noch braucht, um auf die Zahl 22 zu kommen. Und man muss es auch sagen, es gibt auch ein Tarot, ein diskordianisches Tarot, das wird den Illuminatus vielleicht auch freuen. Das ist dann aber zum Beispiel schon so, dass es 23 große Arcana gibt. Warum wohl? Schäme der Höchst dabei. Also was wollen wir damit sagen? Natürlich ist es legitim, wenn man sich die Karten legen möchte und wenn man da sagt, das hilft mir, das hilft mir, Entscheidungen zu treffen. Man muss sich aber bewusst sein, dass nicht die Karten die Entscheidung treffen, sondern immer der Mensch die Entscheidung trifft. Und ich sage das deshalb so dezidiert und so betont, weil man gerade beim Kartenlegen, gerade beim Tarot, gerade beim Entscheidungstreffen sehr schnell dahin kommt, sich selber unfrei zu machen. Heute Abend gehe ich auf eine Party, lerne ich da einen tollen Typen kennen. Ach, ich lege mir mal schnell die Karten und gucke. Und dann sieht man, ach nee, das sieht ganz schlecht aus. Ich glaube, ich bleibe heute zu Hause. Damit nimmt man sich selber, nur weil da irgendwelche Spielkarten liegen, die Chance darauf, vielleicht doch jemanden kennenzulernen. Da spreche ich aus eigener Teenager-Erfahrung, wenn ich sage, das geht ganz schnell, dass man da irgendwie reinrutscht und dann sollte man den Absprung finden. Und das ist das Bedauerliche, wie bei allen esoterischen Dingen, dass man eben nicht frei ist. Der rational, wissenschaftlich, kritisch denkende Mensch ist der Mensch, der auf einer rationalen Ebene seiner Entscheidung trifft und frei entscheiden kann und nicht irgendwelche Hilfsmittel über eine natürliche Art benötigt, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist eben das Bedauerliche, wenn es dahin führt, Karten legen, pendeln, was es auch immer sein mag, dass man da seine eigene Entscheidungsfähigkeit zurückstellt und an Dinge glaubt, die nun mal einfach nicht da sind. Nochmal, wenn man sagt, mir hilft das, in die Karten zu schauen, um mich selber zu reflektieren, dann soll man das tun. Ich tue sowas ganz gerne, indem ich hier in Hamburg ans Wasser gehe, an den Hafen gehe, an die Landungsbrücken gehe, den Schiffen nachgucke, in die Wolken gucke und wenn es dann dunkel wird, auf die Kranbeleuchtung schaue und dann kann ich damit reflektieren, über Dinge nachdenken. Das ist mein Weg. Aber letztendlich bin ich mir immer bewusst, dass das, was die Entscheidung trifft, ich bin in mir drin. Und das ist eigentlich doch eine Sache, wo man auch sich selber sagen kann, ich vertraue auf mich selber und das ist viel wichtiger als auf Karten oder noch schlimmer auf jemanden, der einem die Karten legt und man gibt ihm Geld dafür. Oh ja, dafür viel Geld haben will, genau. Zu vertrauen. Das war ein großer Bogen rund um das Tarot, Beschreibung von Spielkarten, ein bisschen Volkskunde, ein bisschen Psychologie und am Ende ein bisschen lebensbarer. Ach Gott. Ich glaube, wir klären jetzt mal besser die Geisterzuggeschichte einfach schnell auf. Die Auflösung Ja, fährt ein Zug nach nirgendwo oder vielleicht doch nicht? Gibt es Geisterfahrten, die täglich in Deutschland stattfinden? Ja, die gibt es tatsächlich. Und das Ganze kreist in diesem Fall um den unsäglichen BER, den Berliner Flughafen, der wahrscheinlich niemals fertig wird. Das werden wir wahrscheinlich alle nicht mehr erleben. Und das ist eine S-Bahn, die da fährt. Und das Ganze findet statt. Dieser Bahnhof, dieser Flughafenbahnhof muss angefahren werden, damit die Luft zirkuliert. Denn die S-Bahn schiebt ja Luft vor sich her, wenn sie da durch die Tunnel fährt. Und damit also an diesem Flughafenbahnhof nichts schimmelt und die Luft in Zirkulation bleibt, muss diese Strecke eben bewältigt werden. Das Ganze kostet auch nicht unerheblich viel Geld. Die Bahn verlängert da normale Fahrten. Da fahren auch, glaube ich, Regionalzüge sogar durch, ab und zu mal. Und das Ganze addiert sich dann eben zu den Kosten, die dieser Flughafen sowieso aufwirft. Aber ist tatsächlich so, die Geisterfahrt zum Flughafen findet statt. Das gibt es in der Tat. Und das beantwortet auch die Frage, die wir kürzlich bekommen haben. Erzählt ihr überhaupt jemals wahre Geschichten? Ja, tun wir heute. Mitunter. Heute zum Beispiel. Zum Ende dieser Episode von Huxilla müssen wir dann doch noch einmal etwas ernster werden. Zunächst mal sagen wir, dass wir in den Urlaub gehen. Das ist nicht so ernst. Das ist nicht so ernst. Das ist sehr schön. Das ist vor allen Dingen der erste tatsächliche Erholungsurlaub, den wir machen seit ungefähr sieben Jahren. Das kann man, glaube ich, so sagen, wo wir mal wirklich nur Erholung machen, eine Woche. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die nächste Folge von Huxilla frühestens am 10. Mai erscheinen wird. Und wir werden hier in dieser heutigen Episode damit jetzt auch mal dann ganz klar sagen, Huxilla wird zukünftig nicht mehr angekündigt wöchentlich erscheinen. Das hat etwas damit zu tun, dass in den letzten Wochen und Monaten immer dann, wenn Alexa und ich aus gesundheitlichen Gründen aus privaten Gründen mal eine Folge verschieben oder absagen mussten. Doch die Kritik in vielfältiger Art und Weise auf vielen Kanälen ja nicht schön war. Das hat uns sehr geschmerzt. Das Projekt Huxilla bereitet uns sehr, sehr viel Freude. Und wir haben, setzen sehr viel Energie daran, regelmäßig Folgen zu veröffentlichen. Aber es ist ein reines Hobbyprojekt, ein Projekt, was wir neben vieler anderer Dinge betreiben. Und wenn wir denn dann den Wochenrhythmus, den wir mal angekündigt haben, nicht mehr halten können, dann ist das eine Realität, dass da jetzt in den letzten Wochen und auch insbesondere noch mal am gestrigen Abend, als wir die Folge verschieben mussten, die Kritik doch sehr überbordet, hat uns zutiefst getroffen. Das hat dazu geführt, dass ich gestern dann, weil ich das dann doch langsam sehr heftig fand, von einem sehr nahen Todesfall aus meiner Familie berichten musste, die dafür gesorgt hat, dass ich gestern einfach nicht in der Lage war, eine Folge von Huxilla aufzunehmen und mich vor das Mikrofon zu setzen. Die Kritik aber dann doch so harsch war und uns Überheblichkeit, Selbstbeweihräucherung und schlechte Qualität vorgeworfen wurde und Unzuverlässigkeit. Und eigentlich möchte ich nicht dahin kommen, dass ich sagen muss, dass mein Patenonkel stirbt und dass deswegen eine Folge verschwindet oder nicht erscheinen muss und ich bin dazu gezwungen worden und das zeigt mir, dass das nicht mehr gut für mich ist. Und insofern Huxilla nicht mehr wöchentlich. Huxilla kann wöchentlich erscheinen. Wenn wir das schaffen, werden wir das tun. Huxilla wird so oft erscheinen, wie Alexa und ich es schaffen werden, Folgen zu veröffentlichen. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass es zwei Folgen Huxilla Podcast kostenfrei im Monat geben wird. Schaffen wir mehr? Gibt es mehr Folgen? Schaffen wir weniger? Gibt es weniger Folgen? Damit ist der Anspruch an ein kostenfreies Projekt, den ihr an uns stellen könnt, genommen. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Fans da draußen gibt und Hörer gibt, die sagen, das ist mir egal, wenn man eine Folge ausfällt. Aber es gibt auch eben diejenigen, denen das nicht egal ist. Und die Art und Weise, wie mit uns umgesprungen worden ist in den letzten Monaten, war einfach so, dass ich auch mitunter manchmal die Lust verloren habe. Und das ist echt arg, weil wir da eigentlich seit fünf Jahren unfassbar viel Spaß dran haben in dem Projekt. Und somit nehmen wir das raus. Wir haben es auf der Homepage, wenn ihr schaut, nicht mehr drauf. Huxilla kann wöchentlich erscheinen, muss aber nicht mehr wöchentlich erscheinen. Das ist jetzt so. Ob das gut oder schlecht ist, wir die Zeit zeigen. Natürlich werden wir das Projekt nicht einstellen und wollen gerne, gerne weitermachen. Wir haben sehr viel Spaß an den Themen. Aber damit muss ich dann nicht mehr erklären, warum die Folge ausfällt und muss nicht den Bereich meines Privatlebens aufmachen, den wir nicht aufmachen wollen, der privat ist, der privat bleiben soll. Das muss uns auch zugestanden werden, je mehr wir in der Öffentlichkeit sind. Und ich möchte auch letztendlich nochmal all denjenigen sagen, die sagen, ihr macht nur noch Werbung, ihr macht Selbstbeweihräucherung. Nein, das tun wir nicht. Wir stellen Projekte vor, Projekte, die wir brauchen, dadurch, dass meine Frau Alexa inzwischen selbstständig ist, um unseren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und um es noch einmal ganz, ganz deutlich und ganz klar verständlich zu sagen, die gesamten Einnahmen des Buches, die Hoax Files, reichen nicht, um eine Monatsmiete unserer Wohnung zu bezahlen. Ich glaube, dass da draußen sehr häufig eine vollkommen falsche Vorstellung von unseren finanziellen Mitteln herrscht. Und es ist, glaube ich, nochmal wichtig, das so zu formulieren. Es ist nicht so, als dass wir im Geld schwimmen und uns darüber todlachen, wie wir von euch da draußen unterstützt werden, sondern das ist Alexas Beruf inzwischen und es muss erlaubt sein, dass Alexa und auch ich über die Dinge, die uns unsere Wohnung und unser Essen kaufen, das muss man einfach weg, ob ihr uns das glauben mögt oder nicht, das müssen wir auch mal erwähnen dürfen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir zeigen wollen, wie toll wir sind, sondern das hat was damit zu tun, dass wir einfach furchtbar viel machen, damit wir auch ein paar Euro verdienen, von denen wir leben können, von denen wir dann nach vielen, vielen Jahren auch mal wirklich in Urlaub fahren. Wenn überhaupt, dann haben wir das Privileg und das sage ich wirklich ganz deutlich, das Privileg, mit etwas Geld verdienen zu können, auch wenn es noch nicht ganz zum Leben reicht, das uns eben Freude bereitet. Das ist ein Privileg und dessen sind wir uns bewusst, auch wenn das vielleicht bei nicht allen Hörern ankommt. Das hat auch nichts mit Arroganz zu tun, dass wir unter Umständen mal etwas überreagieren, wenn wieder Kritik an uns herangetragen wird, sondern wir sind uns dieses Privilegs, das wir haben, durchaus bewusst. Und mit diesen Worten entschwinden wir in einen Urlaub. Wir werden uns am 10. Mai voraussichtlich wiederhören bei einer neuen Folge von Hoaxilla. Es wird, ich hoffe, dass das technisch alles klappt, aber am 1. Mai-Wochenende, so formuliere ich das mal, eine neue Folge vom Hoaxilla-Porträt geben. Ich hoffe, dass ich das alles ferngesteuert hinkriege, weil ich im Ausland bin, dass es am 1. Mai erscheint. Wenn es dann am 3. Mai erscheint, hat die Technik vielleicht versagt oder ich habe dann doch nicht so ein gutes WLAN vor Ort, wie ich mir das vorstelle. Aber ansonsten eine neue Folge Hoaxilla-Porträt, die ist nämlich aufgenommen und soweit auch fertig, dass sie veröffentlicht werden kann. Und es wird noch in dieser Woche eine neue Folge von Glaubenssache geben. Da verdiene ich übrigens kein Geld mit. Das finde ich einfach nur wichtig, über Religion zu reden. Deswegen erwähne ich das, weil mir das sehr viel Freude macht. Und für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, es gibt eine sehr lustige Folge von der studiointernen Doku-Serie des Studio. Deren Dreh unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und das ist eine Comedy-Serie und da wird uns mal das Moderieren beigebracht. Und diese Folge gibt es kostenfrei bei YouTube zu schauen oder auch am Portal massengeschmack.tv. Das kostet nichts. Und wer mal sehen möchte, wie Alexa und ich uns zum Affen machen, der sollte sich das mal angucken und sich dann mal fragen, ob wir vielleicht doch mehr Selbsthumor und Selbstkritik abkönnen, als der ein oder andere das glauben mag. Euch allen eine gute Zeit, einen schönen beginnenden Frühling. Wir hören uns ganz bald wieder. Geht pfleglich mit euch um und geht pfleglich mit anderen Menschen um. Das ist vielleicht etwas, was ich euch mitgeben will. Und bis dahin, bis zum nächsten Wiederhören. Immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoaxilla ist eine Record-Shoe-Production aus dem Jahre 2015.